Das Staffelfinale von X-Men. Nächsten Samstagvormittag. Lasst euch das nicht entgehen. Ich bin dankbar, dass ich mich noch von euch verabschieden kann. Ich bin so stolz auf euch, meine X-Men. Nun liegt es an uns, wie es weitergeht. Geht. Wir müssen wachsam bleiben. Der Professor hat uns seinen Traum anvertraut. Egal, wie finster es auch wird. Wir dürfen nicht aufhören, aneinander zu glauben. Wir schaffen das nur, wenn wir als Team zusammenarbeiten. Schon klar, Kumpel. Hör auf, mir ein Ohr abzukauen. Achtung! Zu mir, meine X-Men. Magneto. Laut dem letzten Willen und Testament von Charles Xavier gehört alles, was er erschaffen hat. Nun ganz allein mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017